hallo leute und willkommen zu einem weiteren part von gta san andreas ja sorry dass solange nix kam aber dann dachte ich mir kommt kannst du mal jetzt was aufnehmen und ja dann nehme ich heute noch test drive von minecraft auf und drum muss ich mal anschreiben deswegen quatschen wir auch nicht mal so lange und fang sofort mit der mission von fragezeichen an monster hier ist die deal du brauchst eine bessere zeit alt als 6 30 mit dem denn würde ich sagen bin ich jetzt leise weil ich mich jetzt konzentrieren muss dann wünsche ich euch viel spaß jetzt beim zuschauen ich sehe Das ist Feilo. 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 Das ist Feilo.